Erwachen! Mit der schönen Schöße aus. Ihr könnt Harz nicht auf dem Handy-Tablet. Ihr könnt auf die neue Landung und auf Albrecht. Was kommt gleich? Unten, unten, unten. Anduin gegen Uta! Ich werde ehrenhaft helfen. Das Licht wird den Sieg bringen. Ah, ist ja voll das Todesrecht entdeckt. Ja, Leben auf 40 jetzt. Das ist wie bei Alex Trazer, das auf 40 gesetzt wird. Nur ein bisschen anders. Und Swap wird das Leben auf... Je nachdem wieviel Leben man gerade hat, von 40 gesetzt, dann wird man einfach komplett hochgeheilt. Alles klinisch getestet. Mündere Flaut. Ah, perfekt. Oh meinetwegen, okay. Oh meinetwegen, okay. Oh meinetwegen, okay. Sechs Zauber auf Dina, dann kriegt der Geiber dann. Er mutiert fünfmal. Wow. Jetzt schöneres für mich. Sie sind selbst nicht nur Schmerz. Oh was ihr wieder? Oh nein. Oh was ihr will? Oh was ihr Motiv? Oh oh was ihr mit? Oh was ihr mit? Ah ja. Oh das ist mit Garnit. Das killer wird's. Is das? Oh was ihr mit? Oh, oh was ihr mit? Oh... Hhm. Hhm. Blick schnell. Oh, blick schnell ist mein Zeug. Ich werde nur kurz einmal krank machen. Gut. Hhm. Das fällt mir alles nicht. Hhm. Gut gespielt. Oh, blick. Oh, blick. Oh, blick. Oh, blick schnell, ne? Verzeih. Jüngliche. Die Erdenmutter ist nah. Gut. Oh, blick. Oh, blick. Oh, blick. Wenn ich aus glück, diese Scheißverschönheit bekomme ich dann noch nicht. Jetzt bin ich da auf dem Monat wieder mit dem hier da nicht viel gerissen habe. Lange sich da. Der hat immer alle Buffs gefressen. Für die Gressen. So, da ich gerade noch ein bisschen Zucker im Blut habe, machen wir jetzt schon einmal noch. Und die Decks. Jetzt machen wir das Früher-Deck. So, also... Da ist der Feuerlande. Feuersäule! Ich muss mal die Zunge. Schildschlag. Oh Gott, wo war der? Wind. Die Wächterin da. Die Zunge da. Die Zunge. Inrichten. Die Zunge. Die Zunge. Die Zunge. Die Zunge. Die Zunge. Das ist ja nicht. Die Hintergrundschmiede. Wo waren wir noch mal? Ach da. Fünf. Sieben. Die Zunge leben. Äh... Die Zunge. Die Zunge. Die Zunge. Die Zunge. Die Zunge. Dann sagen... Das Schmatche. Mein Verteidiger ... der Neuen. Hier. Die Operatoren. Den neuen Drachen habe ich auch nicht, ne? Wehtiere. Wehtiere. Wehtiere dran mit Marlock. Ok, Wehtiere haben wir noch. Marlock vielleicht noch einen schönen. Welchen ist die Frage? Nein, ich bin nicht. So, wie stärkst du Marlock? Der kostet 6. Nehmen wir den hier, weil der kann. So. Ist jetzt einfach ein random Deck aus dem Internet. Probieren wir es doch mal aus. Ah,ja! Garrosh gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg verengen. Sieg oder Tod. Ich glaube ich habe genug Spatt gelegt. Frohes neues Jahr! Wie sieht es aus, ne? Schattenvision 2, man entdeckt eine Kopie und das Zauber ist aus eurem Deck. Okay. Interessant. Das war jetzt mal der 2.6. Das war jetzt mal der 2.6. Und da auf die Runde. Steig. Okay, danke. Ich bin nicht mehr damit. Ich bin trotzdem nicht tot. Ich will! Lock da, Ogre! Lock da, Ogre! Bis bald! Ich will! Lock da, Ogre! Brave, kleine Raptoren! Da finde ich auch so ganz fancy Namen, die Raptoren aus... ...Durassic Park, die er sich da gezählt hat. Ich frage mich, ob... ...Durassic Park! ...Durassic Park! Ist das richtig? Oh... ...Durassic Park! ...Durassic Park! ...Durassic Park! Sollte ich mir gründlich überlegen? Ich habe das Kriegsbeil ausgegraben. Ich denke, ich will schon gerne loswerden. Ich mag das. Ich frage mich, ob... Der beste Stahl im Gadget-Tahl! Schnell entscheiden! Wurz! 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 Hmm... Gut gespielt! Lasst mich eure Meinung ändern! Ich reagiere gerade nur auf alles, weil die Runde werde ich nicht rumdrehen, wenn das so weitergeht. Wer den Stein gefahren hat mal entdeckt, werden die dann mindestens 8.2.000 Kräger beißt. Wäre ich das gerade richtig gelesen? Gefällt mir gar nicht! Der beste Stalin-Gudget-Zahn! Der beste Stalin-Gudget-Zahn! Das sind meine Gegner aber so langsam. Ich hasse das. Der Hetz-Hebknecht! Der Hetz-Hebknecht! Der Hetz-Hebknecht! Brave kleine Raptoren! Das wird immer mit Leben. Gut gespielt. Ich brauche mehr Schwott. Wobei einer fehlt. Das dreht dann ins Spiel. Das wäre schön. Das würde mich selbst machen. Arsch. Arschkopf. Spannend. Das Spiel einfach wird, weil ich mich gar nicht mit in einem Zock umlebe. Bittesch. Ich träume für die Welt der Sitter. Gut gespielt. Danke. 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 Oh gut. exsch دbad im und 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 eine Runde die 20 Minuten gegen gefühlt nicht ganz so weit weg von der Warte